Ich erzähle den Leuten, dass es nicht ganz egal ist, wie wir es schriftlich oder wörtlich definiert haben. Mit dem Genium im Pigeum, ein rastloser Geist, im Mond und mit Technik zurück. Das gibt einen guten Rahmen, aber was man da drin verpackt, ist auch jedem selber überlassen. Es bezieht sich immer auf die Technik. Wer hätte nicht dabei sein wollen bei der Mondmission als Techniker? Wenn einem das nicht kutzelt, dann ist man mit Technik nicht so verwandt. Aber das ist ja hier nicht so. Sondern es ist genau so, als wir mit Technik verwandt sind. Verheirat!